Erleben und Erlesen. Die neue Lesereihe am Hannover Airport mit exklusiven Autorenlesungen und Gesprächsabenden. Schauspielerin Andrea Sawatzky mit den turbulenten Komödien Tief durchatmen die Familie kommt und Von Erholung war nie die Rede. Bestseller-Autorin und Kolumnistin Katja Kessler mit ihrem mitreißenden und saukomischen Werk Silicon Wahnsinn, wie ich mal mit Schatzi auswanderte. TV-Moderatorin Dunja Hayali. Die Hundeliebhaberin nimmt mit Is was, Doc? Die liebevollen Macken der Hundebesitzer aufs Korn. Journalist, Schauspieler und Entertainer Herbert Feuerstein präsentiert seine Autobiografie Die neuen Leben des Herrn F. Schauspieler und Synchronsprecher Marek Erhard gewährt mit Undercover einen hautnahen Einblick in die knallharte Realität von Zivilverhandern. Bestseller-Autorin Gabi Hauptmann präsentiert ihren neuen Roman Liebling, kommst du? Und Nachtfalke Jürgen Domian mit der Frage nach dem Hier und Jetzt. Wie geht erfülltes Leben? Die neue Lesereihe am Hannover Airport. Von Dezember bis Juni, jeden Monat im Skylight. Mit seinem spektakulären Blick auf das Vorfeldgeschehen und die südliche Startbahn aus dem 5. Stock. Direkt zwischen Terminal A und B. Tickets gibt's ab jetzt in den Virgin Stores am Hannover Airport und am Hauptbahnhof in Hannover.